Kann man es irgendwie austricksen? Kann man es irgendwie austricksen? Nee, es funktioniert nicht. Es geht mir echt auf die Klötze gerade das Rätsel. Wisst ihr das? Ach, wie ich das liebe. Danke. So, und wisst ihr was? Jetzt habe ich eine Chance, das Ganze hier richtig zu machen. Wenn ich das verkacke... Bisch! Ich raste hier gleich aus, ganz ehrlich, ey. Ich raste hier gleich richtig aus. Dieser Typ, der sich noch einmal so dämig anstellt. Ja, vor allem... Klettern noch langsamer hoch. Hm. Ich merke gerade was. Moment mal, es könnte so leichter... Ja, das könnte so leichter gehen. Ja, Tatsache, das geht leichter. Sag mal nicht, ich brauche zwei Kisten, oder? Ja. Ich brauche wahrscheinlich zwei Kisten. Oder schieb das Teil weiter weg. Na, komm. Wie ist denn jetzt... Na, es war verkackt. Das war die falsche Position. So, ich werde gerade mal versuchen, mit dieser einen Kiste zu arbeiten. Ja, die jetzt festhängt. Ich wollte schon sagen, klettern da hoch. Hm. das ist gerade die mitte wenn ich die erwische dann komme ich vielleicht wenn ich richtig springen darüber jawohl so was machst du du steigst das steigert das steigert das wasser was war das denn ok was bedeutet das ich glaube das system ist jetzt kaputt das macht es natürlich ein bisschen leichter wie komme ich jetzt darauf auf das ganze jetzt sind hier so eine dinge ich müsste da irgendwie rauf wie soll es funktionieren wie soll das funktionieren und da kann jemand darum jetzt was machen ich glaube er nicht weil der batterie da fehlt oder ist irgendwo die batterie ne nirgends eine zu sehen nirgendswo eine zu sehen die pumpe ist kaputt kann ich theoretisch doch erstmal mir diese ganzen kisten hier mitnehmen die fässer glaube ich eher nicht oder nehme ich sie doch mit wobei vielleicht könnten die fässer auch was bringen vielleicht könnten die fässer auch was bringen muss ich mir vielleicht eine ziemlich hohe treppe bauen oder so kann es das vielleicht sein um quasi hoch zu kommen ich nehme einfach mal alles mit ne es geht gar nicht mehr da muss ich damit jetzt klarkommen ich kann es nur mal versuchen ich kann es gerade nur mal versuchen ansonsten weiß ich gerade auch nicht weiter erst mal mitnehmen das ganze erst mal mitnehmen das ganze ja die schwimmerei darf mich gerade ein bisschen aber nichts zu machen müssen wir wohl durch müssen wir wohl durch das wird doch niemals funktionieren das wird doch niemals ja warum fällst du ins wasserlof vollidiot ohne scheiß das ist der dämlichste penumbra character ever es hat niemand zuvor geschafft ins wasser zu fallen außer er er muss natürlich jetzt wieder schaffen und vor allem schafft er mich gerade ein bisschen er sich manchmal nur dämlich anstellt na komm nutzen wir ein bisschen wer mit sich noch gar nicht richtig benutzt ich brauche nicht bisher nicht kaum aber ich benutze ihn trotzdem mal brauche ich das fast überhaupt ich denke mal ja nicht aber es kann nicht schaden das mitzunehmen ich lasse es mal hier so was wollte ich da seht ihr was war das gerade wieso bin ich so hier entlang geglitscht was war das gerade bitte warum bewegt sich mein charakter manchmal so extremst merkwürdig ich verstehe es nicht was war das was bitte schiebt ihn weg was bitte schiebt ihn da weg was bitte schiebt ihn da weg das ist echt grad das mir fehlen die worte dazu mir fehlen die worte dazu ich weiß nicht was ich dazu sagen soll es ist ein outlast nicht passiert es ist ein anderen penumos nicht passiert es ist bei der arbeit ist es nie passiert ist das gerade zum ersten mal was zum teufel ist das ist das irgendein spielfehler oder so weil ich habe nichts berührt sorry jetzt habe ich irgendwie den finger aktiviert was 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 Wieso ausschalten, irgendwie? Ich bin gerade irritiert, war die Hand die ganze Zeit schon da? Das ist leider nur auf Englisch, wie ihr seht. Wo kommt die Hand plötzlich hier? Habe ich die jetzt irgendwie getriggert oder so? Ach, hm. Ja. In Steam nicht offline gestellt. Ähm. So. Das klappt doch niemals. Ich glaube nicht, dass man so da raufkommt. Seitdem reichen die Kisten gar nicht. Ja, das ist zu weit weg, ich weiß. So. Und jetzt ist es ein bisschen mehr Sinn. So, wir sind dann den��. Ohne die Kisten. So, ich werde das mal kurz aktivieren. So, ich werde jetzt einfach reinnecken. Dann kann ich hier auch wieder kurz gehen. So, danke. So, das muss ich wiederholen. Dann kann ich jetzt mal kurz vor. Und dann muss ich ein wenig Zeitung. So, ich kann es wiederholen.